Ja, hallo, ich bin Margareta Knorr vom Gesangverein Klingenberg, da Cabo. Vereinsfreunde, auf jeden Fall eine super tolle Sache. Kann ich nur jedem Verein empfehlen und wir sind dabei, wir machen mit. Rabatt für den Chor oder für den Verein, wo gibt es das schon? Das ist ganz selten, glaube ich, oder ich kenne es eigentlich noch von keinem. Und das ist auf jeden Fall unterstützenswert. Ich würde es jedem Verein empfehlen, denn am Ende profitiert jeder Verein mit Sicherheit davon. Ja, und das versteht sich von selbst. Mit dem Belegesammeln sammelt man automatisch gute Produkte, das heißt, die kriegt man.